So, da ist der Harry. Unser Harry, der fährt jetzt hinter die Scheune, habe ich gehört. Ja. Wir sind jetzt hier... Er hat extra den kleinen Weg genommen. Dahinten sind extra Lampen aufgehangen, schön an so einer Leine. Und wir wollten sie nicht gleich umkloppen. Genau, was man ja von uns auch wahrscheinlich erwartet hätte. Aber guck mal, wie schön das hier ist. Guckt euch das mal an. Wir sind nicht in Bayern übrigens. Wir sind nicht in Bayern. Nordrhein-Westfalen kann doch schön sein. Ist das nicht geil? Nordrhein-Westfalen. Ist es doch, oder? Ja, wir sind in NRW. Es ist noch NRW, glaube ich. Ich muss sagen, nicht, dass wir uns jetzt auch mal im Bundesland vertun. Aber ist total geil hier. Echt schön. Und wenn ihr wüsstet, wie das hier riecht, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Halla, ist die Hose zu? Ja, ne? Aber da geht immer. Tüsschen.